Jason Momoa ist frisch verliebt in Adria Ayona. Das verkündet der Schauspieler in den sozialen Medien. Er veröffentlicht eine Reihe von Fotos aus einem Japan-Urlaub. Mit von der Partie ist auch Adria. Auf einem Schnappschuss sitzt die Schauspielerin auf Jasons Schoß, während er sie liebevoll umarmt. Für die Bildunterschrift wählt der 44-Jährige liebevolle Worte. Wir sind so dankbar für alle, die ihre Häuser geöffnet haben, um mit neuen und alten Freunden Erinnerungen zu schaffen und ein weiteres unglaubliches Abenteuer meiner Liebe zu teilen. Die beiden stehen bereits 2021 für den Film Sweet Girl gemeinsam vor der Kamera. Vor wenigen Tagen macht Jason zu Besuch auf einer Comic-Con klar, dass er in festen Händen ist und betont, Ich bin sehr wohl in einer Beziehung. Jason ist es auf jeden Fall zu wünschen, dass er mit seiner Adria jetzt die Dame fürs Leben findet.